Bösen Drachen. Und die unabwaffe Prinzessin ändert ihre Meinung und reichte mir halt. Ich bin keine Prinzessin. Dieser Hadi, kein böser Drache. Aber sag mal, wie konntest du dich in so einen Typen verliehen? Hm, ich war jung und dumm. Ja, aber jetzt bist du doch viel schlauer und deshalb... Nein, Thomas. Du bist mir sehr sympathisch. Sympathisch? Also sehr viel schlauer. Aber wir beide sind einfach zu verschieden. Du und ich, das wäre wie... Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weißt du, wo ich dann so schien? Das wäre so, als ob ich mitten in einer Jazznummer anfangen würde zu jodeln. Und das würdest du nie machen? Nein. Das sieht schon. Da muss ich noch einige Drachen töten.